Wie wird es den Kandidaten ergehen, die sich heute erst noch finden müssen? Nun, Rudi Carell wird Ihnen wahrscheinlich mal wieder auf seine bekannte Art und Weise auf die Sprünge helfen. Schauen wir erst mal, wer zieht heute Herzblatt? Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Rudi Carell und das ist Herzblatt. Heute haben wir eine ganz besondere Sache vorbereitet und zwar wollen wir zwei Personen zusammenbringen. Die eine Person ist die Longing for Tomorrow und die andere Person ist die Rocco del Slaco. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr unter www.longingfortomorrow.de Es gibt natürlich auch noch eine Sache zu gewinnen, das ist ein super toller iPod. Den wird euch meine Assistentin ein wenig zeigen. Da ist super tolle Musik drauf von The Longing for Tomorrow, alle Alben die neue Single und natürlich www.longingfortomorrow.de, zweimal klicken, alles ok. So, die, zweimal klicken, alles ok.